Das ist Hugo, unser Zivildiener im Jugendzentrum Meidling. Er erledigt die Einkäufe, damit wir mit und für unsere Kinder kochen können. Er macht den Abwasch, arbeitet fleißig hinter der Bar und die Küche ist immer blitzsauber. Außerdem erledigt er auch viele organisatorische Aufgaben. Hugo ist sehr nett und man kann viele Sachen mit ihm machen, zum Beispiel Spiele spielen. Er steht auch hinter der Bar, man kann Sachen bei ihm kaufen. Er ist auch sehr witzig und nett. Wir mögen ihn sehr. Ein ganzer Lieber. Ein Top-Typ, er macht seine Arbeit immer fleißig und auf jeden Fall top. Er ist ein korrekter, netter und ein lustiger Typ. Hugo ist nett, cool, lustig, auch hilfsbereit. Also der Hugo ist wirklich das Herz aller Liebst und sehr fleißig, muss ich wirklich zugeben. Ich finde den Hugo sehr sympathisch und nett. Der Hugo ist cool. Hugo ist der Beste und er ist lieb für ganze Kinder. Hugo hilft allen. Hnajngere 22'de Da ist mein Erschensруг. Wie bl broker ist der Beste und es liegt die Ruhe so gut zu werden, U pushed mode carnfil Otherwise abstinanieren 24'de occab Untertitelung des ZDF für funk, 2017